Hallo! Im heutigen Video schauen wir uns an, wie man den Piepton entfernt. In unserem KIA Rio aus dem Jahr 2022, wenn man den Rückwärtsgang einlegt und sich einem anderen Auto nähert. Wir zeigen euch, um welche Bestellung es sich handelt. Wann die Kamera angeht. Seht ihr? Sobald man sich nähert, fängt es an zu piepen. Wenn ihr nicht möchtet, dass es piept, müsst ihr einfach diesen Knopf drücken. Wenn payoff angezeigt wird, leuchtet das Licht auf, wie ihr jetzt seht. Wenn du nach hinten näherst, folgt die Kamera, aber sie piept nicht.